Dirk Eger aus Leopoldshöhe ist mit einer ganz konkreten Vorstellung angereist. Er hat zwei edel anmutende Füllfederhalter mit in das ZDF-Studio im Pullheimer Walzwerk bei Köln gebracht, die dementsprechend fürstlich bezahlt werden sollen. Es handelt sich um zwei Schreibwerkzeuge des Unternehmens Montegrappa. Zur Erklärung, ein Füller dieser Marke kann je nach Ausführung und Alter gut und gerne auch schon einmal den Wert eines Luxusautos annehmen. Ob die beiden Exemplare, die sich seit rund 25 Jahren im Besitz des Verkäufers befinden, an diesen Wert heranreichen können? Das herauszufinden, ist die Aufgabe von Expertin Bianca Berding. Laut der 47-jährigen Kunsthistorikerin stammen die zwei Füller, die teils aus Gold und Silber gefertigt sind, aus einer limitierten Edition, was sich in der Regel immer positiv auf den Preis auswirkt. Zudem sind sie mit zahlreichen Rubinen besetzt. Das Material ist sehr hochwertig, die Fertigung ist auch sehr hochwertig, schwärmt die Expertin. Als Berding den Wunschpreis hört, bleibt ihr dennoch kurz die Spucke weg. Satte 5000 Euro will Dirk für seine Objekte. Dieser durchaus selbstbewussten Vorstellung kann die Bares für Rares Sachverständige aber beim besten Willen nicht nachkommen, was unter anderem auch daran liegt, dass der Zustand eines Füllers nicht mehr ganz so perfekt ist. Zum besseren Verständnis zeigt Berding dem Verkäufer die beschädigte Vergoldung an einem der beiden Montegrappa-Stifte. Aus diesem Grund habe sie einen Durchschnittswert errechnet. 3000 bis 4000 Euro hält sie für realistisch. Sichtlich enttäuscht will Dirk dennoch sein Glück im Händlerraum versuchen. Dort erlebt der 70-Jährige, der nach wie vor als Sachverständiger arbeitet, allerdings noch eine weitere Bauchlandung. Keiner der potenziellen Käufer ist an diesem Tag bereit, mehr als 2300 Euro für die zwei edlen Füllfederhalter auszugeben. Weil der Besitzer aber stur auf der Expertise beharrt, ziehen die Händler die Reißleine und brechen die Verhandlungen ab.